Das Jahr 2019 war in Salzburg das viertwärmste in der Messgeschichte des Bundeslandes. Nimmt man das Beispiel Wien, so gab es in den 1970er Jahren 67 Hitzetage über 30 Grad. In den 10er Jahren waren es 278 Hitzetage, also knapp viermal so viel. Wir versuchen hier unsere Kunden zu informieren, dass eine Klimaanlage nicht die erste Wahl ist, sondern ein anderer Sonnenschutz. Sonnenschutz beginnt beim Haus, bei der Gebäudehülle, bei den Baustoffen, bei der Wärmedämmung, aber auch, und ganz wichtig, bei der Bestattung von Glasflächen. Ein außenliegender Sonnenschutz kann da weiterhelfen, denn dieser kann die Raumtemperatur bis zu 10 Grad Celsius senken. Ein innenliegender Sonnenschutz hat übrigens wenig Wirkung für das Kühlen eines Raumes. Der Vorteil vom Rollladen ist, er verdunkelt komplett. Er bietet auch einen Schallschutz, einen Wärmeschutz oder zusätzliche Wärmedämmung zum Fenster und natürlich einen Sichtschutz. Und der große Vorteil ist, auch bei starkem Wind kann der Rollladenbehang unten bleiben, also geschlossen bleiben und muss nicht hochgefahren werden. Der Nachteil ist, der Innenraum bleibt dunkel und man kann nicht ins Freie schauen. Anders ist es bei den RAF-Stores. Und je nach Art der Lamelle, die da ausgesucht wird, kann man auch sehr gut verdunkeln. Und mit einem RAF-Store bekommt man wesentlich mehr Tageslicht in das Rauminere herein. Man hat eine wesentlich bessere Durchsicht ins Freie, das ist ja auch immer ganz wichtig. Der Nachteil beim RAF-Store ist, bei hohen Windgeschwindigkeiten fängt er ein bisschen zum Klappern an, beziehungsweise ab 70, 80 kmh muss man den RAF-Store auch hochfahren, damit er behanglich beschädigt wird. Die dritte Möglichkeit wäre ein textiler Sonnenschutz, sogenannte Zip-Screens. Diese sind windbeständig wie ein Rollladen. Wie viel Tageslicht ins Innere kommt, hängt von der Lichtdurchlässigkeit des Stoffs ab. Abhängig vom Wohnraum kann man also zwischen mehreren Varianten entscheiden. Ein Schlafzimmer würde man eher mit Rollläden bestücken. Ich persönlich sage, man sollte sich überlegen, was will ich denn für Eigenschaften im jeweiligen Raum haben. Also zum Beispiel im Schlafraum. Im Schlafraum will man in der Regel auch eine komplette Verdunklung ermöglichen. Und ich möchte, dass in der Nacht nicht bei starkem Wind der Behang hinauffährt. Und der Rollladen bietet zusätzlich eine gewisse Schalldämmung. Das heißt, beim Schlafraum würde ich mich für einen Rollladen entscheiden, weil er einfach die besten Eigenschaften für einen Schlafraum hat. Im Wohnraum, in der Küche, also in den Räumen, wo ich mich viel aufhalte, wo ich vielleicht in den Garten hinausschaue, den Kindern beim Spielen zuschauen will, da würde ich keinen Rollladen nehmen, weil der Rollladen nimmt halt die Durchsicht. Da würde ich mich dann für einen Raffstor oder einen textilen Sonnenschutz, einen Zipscreen entscheiden. Im Sommer soll die Sonne also erst gar nicht direkt an die Fensterscheibe herangelassen werden. Denn ein Quadratmeter Glasfläche erzeugt eine Heizleistung von 500 Watt. Um kühle Wohnräume zu haben, hilft es auch in der Nacht oder noch zeitig in der Früh, die Räume quer zu lüften.